Wenn ich sehe, wo ich jetzt bin und was mein Gefühl mit diesem Verein ist, dann ist das sicherlich besser als erwartet. Ich habe das Gefühl, dass alles so flott, ganz einfach geht. Wenn du ein Innenverteidiger bist, dann musst du immer Verantwortung übernehmen, weil du hast eine komplette Übersicht über das Feld. Und deswegen ist es wichtig, dass du deinen Mitspielern hilfst. Was ist das Beste an Deutschland? Bayern München. Matthias, ich grüße dich. Herzlich willkommen im FC Bayern Podcast. Ich freue mich, dass du da bist. Dankeschön, dankeschön. Sehr schön. Matthias, wir haben viel vor mit dir. Ich möchte aber gerne rein starten, um dir ein bisschen eine Wohlfühlatmosphäre zu geben. Das Ziel ist es ja immer im Podcast, möglichst authentisch zu sprechen, sich zu fühlen wie zu Hause. Und ich dachte mir, zu Hause bei dir ist da, wo deine Hunde sind. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen und mal als Einstieg, als kleines Mitbringsel. Ich wende mich mal etwas vom Mikrofon ab, weil ich dir was übergeben muss. Schau mal her. Wir sind auch auf Video. Das noch mal auspacken. Okay. Musst du so nehmen. Oh, lala. Ah, ich glaube, dass die Hunde da sehr froh mit sein sind. Erklär doch mal kurz, was siehst du für die Leute, die nur zuhören? Das ist, ja, wie sagt man in Deutsch? Hunde-Knochen. Hunde-Knochen, ja. Sieht sehr gut aus. Die sehen sehr gut aus, gell? Ja, ja, ja. Für Hunde, nicht für uns, aber für Hunde sieht es sehr gut aus. Dankeschön, dankeschön. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ist ein wichtiges Thema bei dir, glaube ich, Haustiere. Wir haben es vor einem Eingangsgespräch auch gehabt. Du freust dich jetzt schon wieder zu Hause dann auf die Hunde. Das ist ein großer Teil deines Lebens, oder? Ja, ja, ich habe jetzt meine Hunde vor, drei Jahre, glaube ich, und davor habe ich nie mehr ein Haustier gehabt und, ja, war auch ein bisschen, habe ich auch immer ein bisschen Angst gehabt vor den Hunden, zum Beispiel, wenn ich Fußball gespielt habe, wenn ich jung war und die Hunde habe, habe ich den Ball gesehen, dann gleich darauf gekommen und das war immer ein bisschen, ja, habe ich immer ein bisschen Angst gehabt, aber, ja, jetzt habe ich vier Jahre meine Hunde und, ja, bin ich verliebt und es ist so schön, es ist immer so schön, mit den Hunden zu sein und, ja, ich freue mich immer, wann ich zu Hause fahre. Wie heißen deine Hunde? Bella und Luna. Bella und Luna. Ja, 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 ja. Genau. War es deine Verlobte, die dich dann so ein bisschen darauf gebracht hat? Ja, 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 ja. Meine Verlobte hat vor, ich glaube, ganzem Leben zwei Hunde gehabt und, ja, dann habe ich darüber gesprochen und gesagt, ja, das ist schön, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt auch zu Hause zwei Hunde haben sollen und deswegen haben wir Luna und Bella mitgenommen. Und ihr seid dann auch sehr viel draußen, man kann es ein bisschen verfolgen, auch auf euren Instagram-Kanälen, dass ihr so das Münchner Umland, die Münchner Natur sehr gerne genießt zusammen, auch mit den Hunden, oder? Ja, ja, das muss ich sagen, hier in München ist die Natur sehr schön, sehr viel Grün und auch für die Hunde ist das natürlich sehr schön. Sie können immer nach außen, sie können laufen, sie können spielen und, ja, das ist für unsere Hunde natürlich unglaublich schön. Wie gut hast du dich eingelebt mittlerweile hier bei uns beim FC Bayern und auch in München in der Stadt? Ja, sehr gut, sehr gut. Jetzt ist natürlich meine zweite Saison und die erste Saison ist ganz gut gegangen, glaube ich. Ich habe natürlich mit Fußball habe ich ein sehr gutes Gefühl gehabt, aber auch aus dem Platz war auch immer sehr schön. Ja, auch die Stadt ist sehr schön. Wir gehen manchmal zur Stadt, um etwas zu essen und das ist auch immer schön und die Leute sind auch immer sehr, sehr freundlich. Und ja, ich glaube, dass wir, wir sind zusammen sehr, sehr, sehr froh hier. Wie wichtig ist dir dieses Thema Familienleben? Du hast ja auch zwei jüngere Geschwister, ich glaube, das sind Zwillinge, auch ein sehr enges Draht zu deinen Eltern. Wie wichtig ist dir das? Ja, ich glaube, dass das für jeden sehr wichtig ist. Ich habe eine gute Beziehung mit meinen Eltern, auch mit meinem Bruder und Schwester. Und ja, natürlich, jetzt ist es natürlich ein bisschen schwierig, weil ich in München bin und meine Familie ist in Amsterdam. Aber manchmal kommen sie auch hier zu München und dann ein, zwei Tage und dann ist es immer schön. Dann hast du immer das Gefühl, dass du deine Eltern vermisst hast, ein bisschen. Und dann ist es immer schön, dass sie mit dir zu Hause sein. Matthias, du bist jemand, der der Erste ist bei den Fans, immer Selfies macht, immer Autogramme gibt, also den Fans sehr viel Aufmerksamkeit schenkt. Wie nimmst du die Fans wahr? Ja, ich glaube, dass Bayern München eine sehr große Fanbase hast in der ganzen Welt. Das haben wir jetzt auch gesehen in der Sumater Tour. Wir waren natürlich in Tokio und Singapur und auch da sind viele Bayern-Fans, viele Leute mit einem Bayern-Trikot. Und ja, das sagt was über der Mannschaft, über den Klub, wie groß er ist. Und ja, ich bin immer geehrt, dass die Leute und die Fans meine Autogramme gerne bekommen wollen. Und deswegen versuche ich immer auch, die Fans zu gehen und Autogramme zu schreiben, Selfies zu nehmen und ja, das ist immer schön. Das ist schon erstaunlich, wie gut du mittlerweile Deutsch sprichst. Es gibt auch ein Video auf unserem FC Bayern YouTube-Kanal, das kann ich an der Stelle empfehlen, mit unserem Deutschlehrer Max, der übrigens auch hier schon beim Podcast war. Da könnt ihr auch mal reinhören, wenn ihr ein bisschen runterscrollt. Und mit dem hast du ja auch sehr intensiv und sehr viel Deutsch gelernt. Ich habe mich auch mal mit ihm dazu unterhalten und er hat gesagt, du bist unfassbar fleißig, sehr diszipliniert beim Deutsch lernen. Fällt dir das leicht? Ja, ich muss sagen, Deutsch ist für mich ein bisschen einfacher wie Italienisch zum Beispiel, weil Deutsch und Niederlandisch sind ein bisschen gleich. Aber ja, es ist natürlich immer schwierig, eine neue Sprache zu lernen. Und zum Beispiel zum Fußball kann ich alles sagen. Auch mit Interviews ist es natürlich immer einfach. Dann weißt du, nach 40 Spielern weißt du, was du sagen musst. Aber zum Beispiel jetzt im Podcast ist etwas Neues für mich. Und da muss ich auch sprechen über zum Beispiel meine Hunde, mein Haus und die Natur. Und dann ist es ein bisschen schwierig. Aber ja, ich glaube, dass es auch gut ist für meine Deutschleistung. Du machst es auf jeden Fall sehr gut. Und ich bin mir sicher, dass Max, der Deutschlehrer, sehr stolz ist, wenn er das wäre. Glücklich. Matthias, lass uns noch mal ein bisschen auf dein erstes Jahr zurückblicken. Damals bist du angekommen beim FC Bayern München. Ein großer neuer Verein. Hat alles so geklappt, wie du es dir vorgestellt hast in deinem ersten Jahr? Ja, wenn ich sehe, wo ich jetzt bin und was mein Gefühl mit diesem Verein ist, dann ist es sicherlich besser, wie es war. Beschreib mal dieses Gefühl. Wie ist denn dein Gefühl, wenn du an den FC Bayern denkst? Ja, ich habe das Gefühl, dass alles so, wie sagt man, floht. Ganz einfach geht. Das ist mit der Sprache. Das ist mit meinem Platz, wo ich wohne. Das ist auch ein bisschen wie Amsterdam. Und auch die Leute hier sprechen Englisch und Deutsch. Und dann ist es viel einfacher. Dann ist es einfach, in den Verein zu kommen. Und ja, ich glaube, dass das das beste Wort ist. Also kann man sagen, dass du dich schon rundum wohl und angekommen fühlst hier in München und auch beim FC Bayern? Ja, ja, das glaube ich, das glaube ich. Auch zum Beispiel jetzt diese Audi-Sommer-Tour war für mich auch sehr schön zu sehen, weil der Unterschied wie letztes Jahr und dieser Audi-Sommer-Tour war so ganz groß. Und das ist natürlich normal, weil du kommst zu einem neuen Verein und alles ist neu und jetzt war alles normal. Ich weiß, was wir machen müssen. Ich weiß, ich kenne alle Leute und das gibt so viel Ruhe. Welche Rolle spielt da auch deine Freundin oder deine Verlobte jetzt mittlerweile bei dem Thema Ruhephase auch mal runterzukommen, auch mal abzuschalten, auf andere Gedanken kommen? Welche Rolle nimmt sie da ein? Ja, eine sehr große Rolle, glaube ich. Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Personen für mich, um abzuschalten vom Fußball. Wir sprechen über alle Dinge und auch über Fußball, aber zum Beispiel im Urlaub, normalerweise sprechen wir nicht so viel über Fußball, weil wir sind am Urlaub und sie ist sehr wichtig für mich. Ja, aber ich glaube, das ist nicht so einfach, oder? Also die Frage wird ja oft gestellt, wenn Leute so 360 Grad umgeben sind von einem Thema, bei dir ist es natürlich der Fußball, dann im Privatleben auch komplett nochmal abzuschalten und auf andere Gedanken zu kommen, ist vielleicht die große Kunst. Oder wie siehst du das? Ja, das ist sehr wichtig, glaube ich. Was ich gesagt habe, zum Beispiel jeden Morgen konzentriert und fokussiert sein und dann in der Mittag abschalten und komplett ruhen. Und deswegen ist auch der Urlaub sehr, sehr wichtig, glaube ich, weil diese zwei Wochen, die bringen die Ruhe, die du nodig hast für die ganze Saison. Und wenn du diese Ruhe nicht nimmst, dann kommst du in die Saison in die Probleme, glaube ich. Und deswegen ist das Abschiedschatten sehr, sehr wichtig. Jetzt bist du ein Fußballer, der schon früh Verantwortung übernommen hat. Du bist ja bei Ajax sehr, sehr jung Kapitän geworden. Kannst du dir vorstellen, auch eine ähnliche Rolle hier bei Bayern einzunehmen, Verantwortung zu übernehmen in der Mannschaft? Ja, aber ich glaube, dass, wenn du ein Innenverteidiger bist, dann musst du immer Verantwortung übernehmen, weil du hast die komplette Übersicht über das Feld. Und deswegen ist es wichtig, dass du deinen Mitspielern hilfst. Und ja, deswegen glaube ich, dass ein Innenverteidiger immer Verantwortung nehmen muss. Das machst du sehr gut, das sieht man auf jeden Fall. Wir schauen da immer sehr gerne zu, sehr kommunikative Spieler auch auf dem Platz, sowohl in den Trainingseinheiten als auch in den Spielen. Und Matthias, an der Stelle, glaube ich, ein ganz guter Punkt, um auch nochmal den Fans die Möglichkeit zu geben, ein paar Fragen an dich zu stellen. Das haben wir im Vorlauf gemacht. Wir haben uns ein paar Fragen eingeholt und die würde ich jetzt mal mit dir zusammen durchgehen. Da muss ich mich mal kurz mal rein. Da kam natürlich, wie du dir vorstellen kannst, sehr, sehr viel. Dadurch, dass du auch ein sehr fannaher Spieler bist, glaube ich, ist da auf jeden Fall Interesse da und da schauen wir jetzt mal rein. Ich habe hier zwei Tassen. Du darfst dir was rausziehen. In einer Tasse sind eher die privateren Fragen und in der anderen eher die sportlicheren Fragen. Okay. Darfst du was raussuchen? Ed, wie, drei, vier, zwei. Wie hat sich dein Spielstil im Laufe der Jahre verändert? Spielstil, okay. Ja, die ist natürlich ein bisschen verändert, weil, wenn ich jung war, habe ich etwas mehr Risiko genommen, habe mit etwas mehr Risiko gespielt, weil du jung bist und du noch nicht so viel Erfahrung hast. Und ich glaube, dass ich jetzt ein bisschen mit weniger Risiko spiele wie früher, aber zum Beispiel als Verteidiger bin ich besser, bin ich viel mehr stabil und auch mit Kommunikativ sprechen, mache ich das viel mehr wie früher. Was sind die Bereiche, in denen du als Spieler noch wachsen möchtest? Ja, ich glaube, ganz viele, viele, viele Sachen. Mein Fokus jetzt ist auch zum Beispiel, mit der Ecke mehr Toren zu machen, zu bewerten, weil ich glaube, dass ich die Qualität habe, um viele Toren zu machen. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt für mich diese Saison und auch etwas, was ich verbessern kann. Trainierst du das aktiv? Ja, jetzt trainier ich das aktiv, ja. Das heißt, wir können uns auf ein paar Kopfballtore von dir freuen. Hoffentlich, ja. Okay. Next one. At TGP Momo, hast du eine Lieblingskindheitserie? Ja, ich glaube, dass ich dann Pokémon sagen muss. Tatsächlich? Ja, ich war ein großer Pokémon-Fan. Hast du dich darüber schon mal mit Leroy Sané unterhalten? Nein, nein, das nicht. Weil er ist, glaube ich, auch ein ganz großer Fan. Das ist 15 Jahre zurück. Und jetzt immer noch Pokémon? Nein, jetzt nicht. Gut, die Zettel kannst du da weglegen. Ed Robizzi, warum hast du die Nummer 4 gewählt? Ja, weil ich die mit Ajax auch immer gehabt habe. Und auch in Juventus habe ich Nummer 4 gehabt. Und ja, das ist einfach mein Lieblingsnummer in Fußball. Gar keine Geschichte dazu? Nein, gar nicht. Ja, normalerweise in den Verteidiger oder 3 oder 4. Aber mit 3 habe ich nicht so ein gutes Gefühl. Und 4 ist für mich besser. Ja, für viele ist das ja schon so ein bisschen Aber, glaube ich. Die kämpfen da schon dafür, dass sie die Nummer bekommen. Ja, für mich nicht so. Next one. And last one. Ed Milow, was ist das Beste an Deutschland? Okay, das Beste an Deutschland. Bei München. Nein, ich glaube, dass Deutschland ein schönes Land ist. Was ich gesagt habe, viele Natur. Und die Leute sind auch immer freundlich. Das Essen, muss ich ehrlich sein, war in Italien ein bisschen besser. Ah, okay, ja gut. Aber, aber die Kultur auch, ich verstehe die Kultur hier und die Bratwurst und alles, was die Deutschen haben. Nein, für mich ist es ein schönes Land. Es ist ein bisschen gleich wie Holland und deswegen bin ich sehr froh hier. Man sagt ja immer, München ist die nördlichste Stadt Italiens. Ja, das verstehe ich, was du meinst. So ein bisschen gehört schon dazu. Das hast du das Essen gerade angesprochen. Jetzt würde es mich interessieren, was ist deine Leibspeise? Was isst du am liebsten? Am liebsten? Ich muss sagen, ich esse, ich liebe vieles. Zum Beispiel Italienisch, aber auch Japanisch. Sushi zum Beispiel, aber auch Reis mit Curry. Zum Beispiel Indisch, ja, Indisch. Mexikanisch. Ja, ich habe nicht eine, wovon ich sage, ah, das ist mein Favorit. Aber Italienisch ist schön. Schon oben dabei. Ja, ja. Selbst kochen? Ja, nicht so viel. Muss ich ehrlich sein. Nicht so viel. Nein. Da bist du aber hier beim FC Bayern eh ganz gut verwirrt, glaube ich auch essenstechnisch. Das ist ja schon auch ein wichtiger Faktor, gerade bei der Intensität, die ihr jetzt auch gerade habt. Da nochmal auf jeden Fall auch über die Ernährung was zu machen. Ist dir das wichtig, Ernährung? Oder sagst du, nimmst du das so ein bisschen, wie es kommt? Und ich glaube, das ist sehr wichtig, auch was du gesagt hast. Ich bin natürlich ein sehr, ich bin ein physischer Spieler und mein Körper ist auch sehr wichtig. Und deswegen versuche ich auch immer gut zu trainieren, aber auch gut zu essen. Viele gesunde Sachen, aber auch viele Sachen, die sehr wichtig sind für einen Sportler. Und ja, ich glaube, dass das auch ein wichtiger Faktor ist in den Fußballspielen, vorher Fußballspielen. Was glaubst du, ich bleibe mal, sportlich ist diese Saison drin? Was könnt ihr erreichen mit dem FC Bayern? Ja, das ist immer schwierig zu sagen, muss ich ehrlich sagen, weil am Anfang der Saison kannst du das nicht mehr sagen. Ich glaube, das Wichtige ist, dass wir versuchen, jeden Spiel uns zu verbessern. Und auch, dass wir noch am Ende der Saison noch ganz viel Energie haben, noch ganz viel Konzentration haben. Und ja, ich glaube, dass wir eine der besten Mannschaften der Welt haben, mit aller Qualität, die wir haben. Aber wir müssen natürlich auch fokussiert bleiben, konzentriert bleiben. Und ja, ich glaube, dass wir jeden Jahr die gleichen Ziele haben. Und dass es so viele Spiele wie möglich gewinnen, so viele Trophäe wie möglich gewinnen. Und ja, hoffentlich können wir diese Saison besser machen wie letzte Saison. Aber gib uns da noch mal einen kleinen Einblick. Die Stimmung in der Mannschaft, das Mindset, auch im Zusammenspiel mit dem Trainer, das ist absolut in diese Richtung. Und würdest du dem Ganzen einen positiven Stempel geben? Ja, 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 sicherlich. Ich glaube, dass wir eine sehr positive Einstellung haben jetzt. Und auch das Gefühl haben, dass wir besser können wie letzte Saison. Und ich glaube, dass wir viel Qualität haben und auch mental gute Spiele haben. Das klingt gut, das klingt, stimmt uns auch zuversichtlich. Da hoffen wir mal, dass es genauso eintritt, wie du dir das sagst. Wir haben noch eine kleine Kategorie, die ich gerne noch mit dir einmal durchgehen würde, Matthais. Die heißt Steilpass. Und zwar ist der Hintergrund, dass immer der Gast oder die Gästin in unserem Podcast eine Frage hinterlassen darf für den jeweilig nächsten Teilnehmenden in unserem Podcast. Und bei uns war das Peter Sauer, der sich um die Rasenpflege beim FC Bayern München kümmert, der Chef Greenkeeper, der hat dir eine Frage da gelassen und da hören wir mal kurz rein. Hallo lieber Nachfolgegast im Podcast. Eine Frage hätte ich gerne an dich. Wie oft gehst du in der Woche in den Biergarten? Für mich ist es ganz einfach. Ich gehe quasi nicht mehr zum Biergarten. Ich bin auch nicht so eine Person, die gerne Bier trinkt. Und ich glaube, ich bin einmal in einem Jahr in dem Biergarten gewesen. So, ja, ein bisschen boring, aber ja. Okay, das ist natürlich... Muss ich ehrlich sein. Ja, und es gibt ja theoretisch auch alkoholfreies Bier. Ja. Oder gar nicht Bier bei dir? Nein, gar nicht so. Auch auf dem Oktoberfest nicht? Ähm, ja, Oktoberfest... Nein, letztes Jahr auch nicht so viel, muss ich ehrlich sagen. Ja, alkoholfreie, aber normalerweise trinke ich quasi nur Wasser. Und zum Beispiel auch alkoholfreies Bier ist auch... Ja, ist kein Wasser. Und jetzt ist es natürlich an dir, Matthais, auch für deinen Nachfolger oder deine Nachfolgerin, wir wissen noch nicht, wer es ist, eine Frage darzulassen, die dich interessieren würde, die vielleicht mal gar nichts mit dem Sport zu tun hat. Kannst du ganz kreativ sein, in welche Richtung soll es gehen? Vielleicht ist es das Thema Hunde, das bei dir naheliegend ist, oder ist es das Thema Natur? Ja, das ist ein... Okay, ich glaube, was liebst du am meisten von der FC Bayern München? Im FC Bayern-Podcast natürlich wahrscheinlich genau an der richtigen Stelle. Dann sind wir mal sehr gespannt, wen wir als nächstes anfragen. Ich auch, ja. Mit dir hat es mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht, Matthais. Das muss ich am Ende noch dazu sagen, es war eine Premiere für dich, es war dein erster Podcast. Ja, mein erster Podcast, ja. Vielen Dank, dass du dir die Zeit dafür genommen hast und uns deine Premiere geschenkt hast. Ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht mal wiedersehen und hören hier im FC Bayern-Podcast. Ja, Dankeschön. Danke, Matthais. Dir auch, danke. Danke, danke.